Dieser neue Ford Transit ist hier zum Verkauf angeboten. Drei Personen haben in diesem weißen viertürigen Transporter Platz. Der Transporter besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie Bordcomputer, ESP, Einparkhilfe, Wegfahrsperre, Klimaanlage und noch vieles mehr. Der Diesel hat eine Leistung von 155 PS und wird über ein 6-Gang-Schaltgetriebe gesteuert. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 28.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis